Das nächste Fohlen finden Sie nicht im Katalog, das ist im Nachtrag der Auswärtigen. Zu finden ein Stutfohlen vom Larimar aus einer Casal-Lord-Stute, geboren am 4. Juni, das wurde gezüchtet und ist im Besitz von Dr. Antonio Conde aus Portugal. Larimar Casal-Lord. Larimar Casal-Lord. Larimar Casal-Lord. ... Vielen Dank. Vielen Dank.